Als Dankeschön für die vielen Glückwünsche, anlässlich ihres Geburtstags öffnet Sender für ihre Instagram-Community das Familienalbum. Am 1. September wurde Schauspielerin und Sängerin Sender 28 Jahre alt. Kurz darauf meldet sich der Star aus dem aktuellen Film-Challenges via Instagram zu Wort und bedankt sich für die vielen Glückwünsche. Zu diesem Zweck heilt sie ein paar Zeilen an ihre rund 182 Millionen Follower und veröffentlicht ein sehr persönliches Foto. Auf einem entzückenden Erinnerungsbild aus früher Kindheit lächelt die kleine Sender mit erhobenem Zeigefinger und Blümchenkleid in die Kamera. Dazu verfasst die Sängerin die Zeilen, ich komme hier nur kurz vorbei, um zu sagen, wie dankbar ich für all die lieben Geburtstagswünsche bin, es bedeutet mir wirklich die Welt. Auf die 28 Die Bildunterschrift signiert sie mit einem Herz-Emoji und einem Zett. Models und Schauspieler gratulieren Unter den Gratulanten befinden sich Stars wie Schauspielerin Olivia Mann, 44, die den Post mit Alles Gute zum Geburtstag kommentiert. Kollegin Holly Robinson-Piete, 59, schickt digitale Totten in Form von Emojis und Model Carly Kloss, 32, setzt ein HBD, Happy Birthday, unter Senders Beitrag. Gefeiert hat die US-Amerikanerin vermutlich in ihrer Mutter, der Schmuckdesignerin Claire Stürmer, und ihrem Freund Tom Holland, 28, bekannt aus den Spider-Man-Filmen. Mit dem Engländer wurde sie jedenfalls wenige Stunden vor ihrem Geburtstag in Kalifornien gesehen. Beide gingen in weißen Tanktops zu schlichten schwarzen Hosen in Gellebesses mit ihrer Mama spazieren, wie das US-Magazin People mit Aufnahmen zeigte. Das Paar ist seit 2021 zusammen. Ihr Privatleben halten die beiden gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus.